Hey, hey, Action. Willkommen zu dem Simulator. Die holt jetzt aber nicht die Polizei, oder? Ah, shit. Sneaky Beaky. Die geile Brille von meiner Freundin ist nicht am Start. Ich hab jetzt diese hier. Dass ich erstmal so nicht erkannt werde, ja, auf offener Straße. Und für die Action am Kunden hab ich mir an eure Tipps gehalten. Fernseher in 108 kaputt machen. 500 Dollar. Ich park mal unauffällig. Hier. Fürs Erste schauen wir mal, wie die zu Hause sind und wie nicht. Ah, guck mal, die sind zu Hause. Hallo? Ist schon gut. Ich wollte nur kurz gucken, ob ihr da seid. Großer Fernseher ist doch easy. Da oben steht er. Da oben steht er schon. Warte, warte, ich bin doch gar nicht bereit. Okay. Bisschen Mut antrinken noch. Guck, die Frau guckt irgendwie... ...die Land vor... Fuck, fuck. Okay, ist nicht schwimmen. Ja, ist schon an... Ach, Gottes Willen. Okay. Ich muss es ja echt gerade an den Speck. Oh, fuck, das ist 107. Scheiße. Oh, shit. Here we go again. Entdeckt, fuck. Die bin ich entdeckt. Wir sind zu Hause, da kann man den Scheiß mal ausziehen. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Ich hab noch nie was begutachtet. Ich nehm hier einfach. So, Udo, folgende Sache hab ich am Start. Pfanne. Könnt ihr mal die ganze Scheiße verkaufen, verkaufen, verkaufen. Give me my fucking money. Ha, ha, ha. Hallo. Friederling, was trotzt du mich so bescheuert an? Alter, ich geh hem. Was hab ich im Lager drin? Jetzt kann ich knacken, das Ding. Es wiegt ein Kilo. Oh, ne Mikrokamera. Die bräuchten wir so hart. Aber Elektronik Stufe 1, der will 800 Millionen. Guck mal hier. Toilette kaputt machen. Äh, Teller kaputt machen. Fenster im zweiten Stock einschlagen. Lächerlich. Wir haben folgende Mission. Wird angepeilt. Keine Info. Pff. Ist mir egal. Ah, 106 muss ich auch irgendwas machen. Ah, Teller kaputt machen. Geht mal ins Bett, okay. Kommt jetzt nicht raus. Sie guckt einfach aus dem Fenster. Okay, Plan Nummer 134. Warte, 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 warte. Klar, die sehen mich ja auch dann. Miss you. Ich mach das jetzt. Easy. Oh, ne. Könnt ihr jetzt mal pennen? Ich mach mich hier noch. Oh, shit. So lange nicht die Polizei ruft. Das ist alles gut, Leute. Ich muss noch ganz kurz hier mal das Ding aufmachen. So. Die holt jetzt aber nicht die Polizei, oder? Nee. Ah, shit. So, jetzt aber. Ist hier noch jemand wach? Die Teller hattet ihr mal. Das hat niemand gemerkt. Ist die weg, oder was? Komm. Pff. Ha, 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 ha. Ist die Tür jetzt noch offen, oder? Die haben die wieder abgeschlossen. Nee. Die Polizei. Absolut frech. Lass sie jetzt offen stehen. Ich muss kurz was testen. Es könnte etwas laut werden. Ey. Da ist die Alarmanlage einfach so losgegangen gerade eben. Würde ich mich beschweren bei der Herstellerfirma, ne? Oh, shit. Ich muss weg. Ich muss... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Es sieht jetzt zwar so aus, als hätte ich das gleiche wie letztes Mal, aber... Ich will mehr Geld dafür. Direkt wieder ins Viertel. Wir haben einen Schlüssel zu 113. Let's go. Surprise, motherfucker. Der geht in den Garten. Ja, soll er gerade machen. Ich habe ja sogar Gartenhandschuhe angehabt. Wartet mal, wer den Schlüssel hat. Da sollte die Brille eigentlich reichen für den Job. Na, mein... Ah, ich mache es wieder saulaut auf, ne? Ich bin zu Hause! Oh, verschlossen. Alter, leck mich doch. Wer schlicht jetzt im Haus Türen ab? Der hat einen Tipp bekommen, dass ich komme. Okay, okay, okay. Die Dirne ist mein. Oh, scheiße, der ist wieder heim. Glaube ich. Schon gehört zu mir. Alter, ich nehme mich sowas von mit. Oh, fuck. Äh, ist hier zufällig... Die Gorscheide. Wo habe ich mein Auto nochmal... Oh, schütt, die sind voll close. Ich muss mich verstecke. Ey, komm. Ich bin ultra weit gelaufen jetzt. Ab. Gucken wir, dass er sich alles noch aufregt. Meine Birne ist weg. Officer. Der hat doch diese scheiß Birne nie im Leben selbst gekauft. Das war doch bestimmt die Frau, oder? Schatz, guck mal, was ich ersteigert habe auf dem Jahrmarkt. Äh, Jahrmarkt. Warte mal, warte mal. Was können wir denn hier machen? Das Gemälde Kuss stehlen. Können Sie kurz sich hingucken, bitte? Sir, danke. So weit, so gut. Locker. Wie viel? Ich habe nur noch sieben Dietrich. Wir müssen Dietrich hier nachkaufen. Okay. Fuck. Das ist eine Kamera. Heiß. Ja. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, wer das war. Was sind die auch zu Hause? Ach, stehen oder zerstören. Der Verrückte mit der Brechschlange ist am Start. Ach, das ist keiner zu Hause? Aha. So, kann ich jetzt irgendwie feststellen? Kann ich mir das merken, dass hier niemand mehr ist um die Uhrzeit? Der hat auch so eine Birne. Äh, ist die Haustür zufällig offen? Ne. Shit. Hausfriedensbruch. Habe ich es gemacht. Beruhig dich. So, mein Freund. Aber jetzt habe ich hier deutlich besser in Rang, ne? F. Das ist ja beschissen als vorhin. 200. Können Sie öfter mitnehmen, so eine Maschine. Ich hole jetzt mal die Kletterhandschuhe. Ich glaube, ich glaube, das ist echt sinnvoll. Aber jetzt im Ernst. Wir müssen unbedingt jetzt mal einen gescheiten Fall machen und nicht erwischt werden dabei. Komm schon. Wir haben bei denen noch einen Job. Die Toilette noch kaputt machen. In 105. Das machen wir jetzt sneaky-beaky. So, die sind nicht zu Hause. Beide ab 23 Uhr. Okay. Pennen darum bis 23 Uhr. Jetzt ganz chillig auf dem Parkplatz. Okay. Zack. Wir wissen, dass man oben rein kann. So. Ja. Des Weiteren soll dir niemand zu Hause sein. Hahaha. Hallo. Erledigt. Habt ihr hier noch... Alter, der Router. Wie fies. Uuuuh. Malle. Denkt halt erst unten aufmachen. Wenn ihr was klaut. Danach oben. Also halt auf zu klauen, ne? Aber so als Tipp. Geld. Oh, der Fernseher. Alles klar. Haha. Wie kann man... Kann man den schon mal... Oh. Hat gar keiner gesehen. Easy. Transformation. Ein normaler Mann auf der Straße, der einen Fernseher bei sich trägt. Nachts. Dann schmeiß ich jetzt hinten rein. Dann geht's los, ne? Oh. Ja. Und rein damit. Es steht für Skill. Vielen Dank an Game Boy 7, Sir Yakuza, Vasco, Ligerts, Adrian Idris, Lars Sebastian, Nico, Manus, Noah, Kurt, E-Force, Angra, Manus, Will und Christian D. E-Force, Angra, Manus, Will und Christian D.